Hallo und Willkommen zurück zu Atelier Fieres. Nur mal eben checken, ob ich auch das richtige Kostüm an habe. Ja, Increase Airdor Drop Effect Time. Wir wollen jetzt unter Wasser gehen und uns noch mal diesem Seemonster stellen. Ich habe keine Ahnung, ob wir mittlerweile gut genug dafür sind. So, mal schauen. Erstmal hier zum Steg und da haben wir hoffentlich die Möglichkeit. Oder müssen wir da hin? Ah, Taki-Bi-Me-E-K! Wir wollen etwas ruhig gehen. Gut. So, schauen wir mal. Kommen wir jetzt durch? Nö. Ach. Jetzt lass mich in Ruhe, du Viech. So, nächster Versuch. Eben kurz hinlegen. Mit Minus 16 LP schon direkt reingehen. Also war die erste Idee schon richtig zum Steg zu gehen. Und da gibt es bestimmt auch eine schnelle Reise. Ne? Doch, doch. Die gibt es. Doch, doch. Die gibt es. Doch, doch. Die gibt es. 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 Auch das sind noch nicht so. Gut, wir nehmen den großen Airdrop. Die anderen beiden haben wir noch zur Reserve. Und ich muss erst mal gucken, wo wir überhaupt langen müssen. Achso, kann ich jetzt sogar Schnellreise machen? Das wäre ja geil. Und wir haben hier auch erst 45%. Naja, komm, jetzt nicht ablenken lassen. Das Ziel ist der Boss. Was finde ich jetzt hier richtig? So, und was haben wir hier? Ach, hier ist schon der Boss direkt. Ups. Nee. Hier geht es noch weiter. Und ich habe den falschen Weg genommen. So, hier geht es auch noch wieder sehr weit. Aber hier haben wir fast alles erkundet. Ach genau, hier war der Trick, dass man da nicht direkt über diesen breiten Weg gehen konnte. Sondern man musste irgendwo den da links abbiegen. Ich kann auch mal rennen. So, nochmal mal ein bisschen schauen. Noch weiter geradeaus. Und dann. Erkunden und sowas bringt jetzt eh nichts. Wenn ich den Bosskampf verlieren sollte, war es eh für die Katz, dann das alles zu erkunden. Obwohl, nee, ich muss ja nicht neu laden. Es war nicht für die Katz, dann aber, naja. Ich kann trotzdem später mal erkunden. Nee, jetzt lass mich doch mal durch. Ah, komm, wir kommen hier ruhig. Obwohl, nee, das ist wieder Verschwindung. Ich denke, so ein Skill können wir hier mal einsetzen. Oh, aber ein bisschen schwach. Oh, das ist wiederum. Das war's für heute. Viel Schaden durften wir nicht machen. Ja, nehmen wir direkt den nächsten. Ja, habe ich doch noch richtig in Erinnerung gehabt, dass es ein ziemlich weiter Weg war. Wie komme ich da jetzt durch? Ich glaube, da musste man immer so auf so einem Mauersteg lang gehen. Was natürlich auch sein könnte, dass hier vielleicht ohne den Boss zu besiegen noch Rezepte zu finden wären, die ich suche. Wenn ich den Boss nicht schaffe, dann wäre das noch eine Option, einfach mal hier alles zu erkunden. Das, ja, müsste hier durchgehen. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Da kann man hochhüpfen. Und dann... Da geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Na, eben gucken, wo muss ich denn hin? Ich muss jetzt einfach nur links runter. Also hier... Dann... Hier... Dann sind wir auch schon durch. Muss wahrscheinlich noch ein R drauf nehmen. Hm. Hm. Okay, geht immer noch weiter. Ich habe hier auch keine Quest. Also dieses Totenschädel-Dings ist nicht mein Job momentan. Genauso wie hier auch nicht. Das ist wahrscheinlich nur, um die Truhen nochmal zu looten. Dass man dann da vorbei könnte. Ich glaube, wir haben die letztes Mal Ninja gelootet. So, jetzt hoffentlich letzte Region. Habe ich bei dieser auch schon gehofft. Ja. Quest. Ich das markiere. Beides das Gleiche. Das heißt, zwei Quests mit einer Klappe schlagen. Ich will noch eben bis 6 Uhr morgens warten, bis die Sonne aufgeht. Wir haben, Lia hat ja immer noch so ein Teil an, wo sie bei Sonnenschein 25% mehr Schaden macht. Ob das hier jetzt auch unter Wasser zählt, weiß ich nicht. Aber die eine Stunde können wir uns hier noch die Zeit vertreiben. So. Ich glaube nicht, dass es zählt. Kann ich hier an die Seite noch ran? Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon probiert, dass da nichts passiert. Ja genau, und da ging es dann wieder weg. Da konnte man sich raus teleportieren, glaube ich. Ähm, gut. Hauen wir ihn mal. Oder eher uns. Und so treffen wir uns wieder, Großer. Wie konntest du es nur wagen, Fieris weh zu tun? Dafür wirst du noch bezahlen. Irgendwann mit Sicherheit. Ob heute, werden wir sehen. Ja. Schauen wir nochmal. Schläfer der Tiefen, Level 60. Also Level 60 kriegen wir auf Level 50 runter. 10.000 Headpoints ist natürlich meine Hausnummer. Und er ist gleich dran. Und dann, du konntest jetzt hier keine Items benutzen, ne. Dann nehmen wir hier Klassiker. Oder ähm, Immobil. Speed Down für den Gegner. Das wäre mal eine Sache. Lia würde ohnehin wenig Schaden machen. Und dann können wir das mal mit dem Speed Down hier probieren. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber doch, Speed Down hat's geklappt. Und da sind wir auch schon alle tot. Naja, Fieris ist perfekt. Aber der fehlt mir das direkt wieder dran. Ne, also das hat überhaupt gar keinen Mehrwert hier weiter zu machen. Jetzt kann ich einmal was tun. Ich hätte Revi nehmen sollen. Revi hat einfach mal heilen können, aber das bringt alles nichts. Monster ist hofftag. Da frage ich mich wirklich, wie ich weitermachen soll. Ich halte es für wenig sinnvoll, jetzt nochmal 20 Stufen aufzusteigen, um mich dann diesem Monster zu stellen. Ich würde gerne mit dem Herstellen von besserem Equipment und so weiter machen, aber hätte dazu auch gerne Crimson Stone. Ne, die können mir alle nicht weiterhelfen. Was sind denn sonst noch für Quests da? Wann to play again? Das können wir natürlich nochmal probieren. Dafür brauchen wir alles Sachen. Ruler war ja noch heftiger. Ähm. Was war das? Den Millennium Cauldron könnten wir noch besiegen. Aber dafür kriegen wir auch nur ein Diamanterz. Aber dafür kriegen wir auch noch ein Diamanterz. Ach so, was war das? Äh. Whiteflower Fairy. Ich weiß nicht, ob das Ding heftig war. Das können wir jetzt auch nochmal probieren. Dann. So, wir können mal beginnen mit dem Millennium Cauldron. Achso, oder das Flower Garden of Sky. Ja, okay, dann versuchen wir das mal hier. Wie komme ich da jetzt hin? Wie komme ich da hin? Erstmal im Besen und dann mal schauen. So, versuche ich erstmal hier rüber zu kommen. Das geht. Von da aus nach rechts. So, und von da aus nach oben. Die Nervbazillen hier. Ja, das geht natürlich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Äh, dann nehmen wir den schrägen Weg da. Und die blockieren hier die Einfahrt. Das machen die da absichtlich. Da geht's da oben hin. Aber nicht da hin. Na gut, versuchen wir hier mal links. Am besten immer da, wo Monster den Weg blockieren. Das ist am wahrscheinlichsten. Ja, wie da zum Beispiel. Bevor ich jetzt vor den Büchern versuche, wegzulaufen, machen wir das lieber so. Das ist mir klar. Wenn es nicht nur Nazi auszulaufen ist, dann kann man sich das nicht mehr verraten. So, komm ich jetzt runter. Ja. Noch mal weiter. Okay, noch mal weiter. Aber ich glaube, das war auch ein garstiges Viech hier. Und wo ist es überhaupt? Da komme ich nicht runter. Warum das nicht? Okay, ich musste hier jetzt einfach nur sammeln. Das war dann ja die andere Alternative. Ich musste halt... Das Monster wohl gar nicht besiegen, was hier manchmal war. Aber was bringt mir das hier? Okay, dann versuchen wir Millennium Cauldron. Entweder war der hier links oben oder war er im nächsten Gebiet links oben. Das weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich im nächsten Gebiet. Ich gucke aber, wenn wir hier schon mal sind, noch mal eben kurz links oben, ob hier ganz viele Kessel sind. Ich erinnere mich an irgendeinen doofen Kessel, der mich ziemlich zu Brei gekloppt hat. Aber auch, weil ich ihn völlig unterschätzt hatte. Ne, hier sind keine Kessel. Ich versuche, hier mal durchzukommen. Das ist wieder blockiert. Also, hier geht es. Ja, okay. Hier runter. LP 77 ist ja noch im Rahmen. Ich versuche, den einen habe ich nicht gesehen. Der im Gras. Da laufe ich mal weg. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Weglaufen wäre super, wenn es mal klappen würde. Oh, hätte ich kämpfen sollen. Jetzt bin ich tot. Wir müssen es auch normal machen. Ist ja kein Problem. Im zweiten Mal kommen wir vielleicht an den Monstern vorbei. Oh, ja, 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 ja. Sohne ist das für sohne. Ja, das geht schon besser. So, wird er uns angezeigt im Millennium Cauldron? Nein, aber ich meine, er wäre hier links oben gewesen. Auch wieder viel Chancen im Monster zu laufen. Ja, ich sehe nichts. Genau hier, ne, hier sind auch keine Kessel. Okay, dann da noch weiter hoch. Nein, hier ist sonst was. Aber kein Kessel, wo war der denn? Ähm, das müsste ja in einer Quest dann stehen. Skyfaring, Stone Arc, Deck. Und da sind wir. Dann da unten vielleicht, etwas weiter südlich von uns. Schon eine Weile her, dass ich die hier gesehen hatte. Ich sehe wieder nichts. Jo, da steht ein dickes Monster am Weg. Das scheint also der richtige Weg zu sein. Ja, hier sind Kessel. Und einer sah anders aus. Das wird wahrscheinlich dann der rote da hinten sein. Der war aber echt garstig. Also nicht so garstig wie das Untersee-Monster. Aber ich muss echt aufpassen. Das ist die Frage, gehe ich jetzt erst defensiv ran oder gehe ich sofort voll offensiv ran? Ich glaube, ich mache das so. Aber da kriege ich nur einen mit. Das ist echt schade. Aber komm, ich muss von dem hier im Level reduzieren. Und es hat auch gut Schaden gemacht. Das Problem war auch, der war dauernd dran. Ah, keine Spezialfähigkeit. Auf jeden Fall auf ihn. Warum hat er jetzt auf einmal wieder so viele Hit-Points? Ja, wir machen mit normalen Angriffen gar keinen Schaden. Blitz war ja die Sache. Kann man den nochmal nehmen. Also wird zwar kein Level-Drain mehr machen, aber 600 Schaden oder von Il vielleicht 400 Schaden. Ist ja auch nicht schlecht. Aber 300. So, du hast doch auch Blitze. Ne, hast du nicht. Ne, hast du nicht. Doch Lightning. Normalen Lightning. Oder. Das. Aber damit machst du keinen Schaden. Ne, komm. Items. Wie ist es damit eigentlich noch? Jetzt Core Thunder. Ach, der ist gar nicht weak. Das hier war auch nicht schlecht. Versuchen wir mal den. Ja, guck mal. 419 Schaden gegen den dicken. Und die anderen beiden sind direkt. Oder einer von den anderen beiden ist direkt auch weg. Ja. So, dann nehmen wir jetzt nochmal die große Überraschungsbox. Ah, macht keinen Schaden. Also gleich nochmal Blitz. Der Tech wird nichts bringen, aber was sollen wir sonst machen? Nein. Blitz. Nicht Leute retten. Das kann Rewi gleich machen. 500. Jawoll. So, Rezeptideen updated. Wie auch immer. Muss ich mich gleich durchführen. Warum kümmern, wenn ich mich hier in Sicherheit gebracht habe? Ich will jetzt ja auch meinen Loot nicht verlieren. So. Jetzt haben wir irgendwie Rezeptideen verbessert. Was haben wir da? Windspill Talisman kannte ich schon. Harmonium kannte ich schon. Ach, guck mal. Jetzt wo wir drei Diamanterz bekommen haben. Da können wir irgendwas anderes daraus herstellen. Und Spirit Reef Close habe ich zehnmal eingesetzt. Das reicht noch nicht. Na ja, gut. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Das haben wir alles, ne? 63 Spirits. Wo kriege ich überhaupt noch mal Spirits her? Das ist schon seit ewigen Zeiten noch 63. Also ich muss jetzt echt mal sehen, dass ich die Rezepte hier freischalte. Sonst kommen wir nicht weiter. Sonst die anderen Monster hier, die habe ich alle, glaube ich zumindest, schon mal besiegt. Also sonst könnten die ja auch noch irgendwelche Rezeptideen auslösen. Also bis auf das dicke Vieh da am Ende, das ist natürlich nicht... Ich weiß aber nicht mehr, wie stark das noch war, aber die ganzen Totenkopfdinger, die waren ja alle echt heftig. Da haben wir zumindest eine Quest jetzt wieder weg. Schade, dass es hier keine Schnellreisepunkte gibt. Janne Jetzt war es auch eine Schnellreisepunkte. Untertitelung des ZDF, 2020